Musik Wir sind heute noch vor der Straße des Langstages und Brandenberg und auch vor Amtshöfe Straßenmeisterei Heineschne. Wir sollen heute an diesem Tag die Bäume von der Schneelasten breiten, gegebenenfalls fällen. Wir werden das diesen Tag heute brauchen und denken, dass wir dann die Straße beräumt haben mit heute Abend. Musik Musik